Rihanna spricht über ihre Liebe zu Hassan Jamil Das war ein kurzes und knackiges Liebesstart-Dement. Schon seit Juni 2017 ist es sicher, Rihanna, 30, datet aktuell den milliardenschweren Unternehmer. Auch wenn die beiden ihre Beziehung bisher erfolgreich aus der Öffentlichkeit heraushielten und sich öffentlich nicht zusammenzeigten, soll es zwischen der Sängerin und dem Saudi-Arabier ganz schön gefunkt haben. Jetzt ließ sich sogar erstmals ein paar Worte über ihren neuen Schatz entlocken. Zugegeben, ausführlich geht anders. Im Interview mit der amerikanischen Wuge gab die vielbeschäftigte Pop-Queen immerhin einen kleinen Hinweis darauf, wie glücklich sie mit ihrem Liebesleben zu sein scheint. Mit dem Magazin sprach sie darüber, wie sie ihre Mega-Karriere und ihr Privatleben unter einen Hut bekommt, ich habe mich immer schuldig gefühlt, mir Zeit für mein Privatleben zu nehmen. Aber ich glaube, ich habe einfach vorher nie jemanden getroffen, der es wert war, verriet die SOS-Interpretin. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Gerüchte darüber, dass die Turteltauben bereits Hochzeitspläne schmiedeten und für ihren Liebsten nach Paris umziehen wolle. Dass es dem Paar tatsächlich ernst miteinander ist daran lassen Riris Wort nun keinen Zweifel mehr. Das ist das Worte mit der